Hallo zusammen, heute wollen wir uns mal die ganzen Fragen rund um die Wim Hof Atmung angucken, denn zu meinem letzten Video zur Wim Hof Atmung, wo ich die ganze Technik erklärt habe, habe ich unheimlich viel Rückmeldung von euch bekommen und gemerkt, dass da noch einige Unsicherheiten sind, was das ganze Atmen angeht. Und in dem Video will ich heute auf die häufigsten Fragen zu dem Thema nochmal eingehen und wirklich spezifisch nur die Fragen klären. Und da gibt es eine Frage, die mit Abstand am häufigsten bei mir reingekommen ist. Und zwar ist das die Frage, wie soll ich denn da richtig atmen? Atme ich durch die Nase oder durch den Mund? Da gibt es einiges an Verwirrung und grundsätzlich kann man sagen, es kommt nicht darauf an. Also macht das, wie ihr gut atmen könnt. Ich persönlich empfehle aber immer die Nasenatmung, weil die Nase ist erstmal ein Ventil. Das verhindert schon mal, dass wir zu viel Sauerstoff einfach einatmen und irgendwie zu viel in die Hyperventilation kommen. Und die Nase ist ja auch das Organ, was für uns für die Atmung vorgesehen ist. Das heißt, die hat ganz viele verschiedene Aufgaben, die sie erfüllt. Sie wärmt die Luft an für uns, haben einen Temperaturausgleich. Sie bringt die auf die richtige Feuchtigkeit, wenn es zu feucht oder zu trocken ist. Und die Nase filtert natürlich auch. Das heißt, wir haben schon eine ganz starke Filterwirkung, wenn wir durch die Nase atmen. All diese Sachen vermissen wir, wenn wir durch den Mund atmen. Aber wenn wir jetzt irgendwie eine verstopfte Nase haben, Probleme haben, krank sind, das sind all die Fragen, die ihr gestellt habt, dann hey, nehmt das nicht so ernst und atmet einfach durch den Mund. Dann macht ihr... Ja, das funktioniert genauso bei der Wim Hof Atmung. Es gibt nur einen Punkt, den ihr damit vermisst. Und das ist das Thema Stickstoffmonoxid, NO. Das Gas NO, das ist Stickstoffmonoxid, ist ein ganz interessanter Fakt, den wir eben nur in der Nase generieren können. Und zwar in den Sinuslamellen unserer Nasenkammer. Das könnt ihr mal googeln. Und zwar ist NO so unheimlich potent und wichtig für uns, weil es ganz tolle Eigenschaften hat. NO ist nämlich antiviral, gerade im Moment ganz interessant. Es ist antibakteriell und es wirkt eben auch gegen Entzündungen. Und für die Wim Hof Atmung hat es noch einen anderen super interessanten Vorteil. Und zwar stimuliert es die EPO-Produktion, ja, dass der Stoff, mit dem Lens Arms schon gedopet hat, in den Nieren bei uns. Das hilft uns also beim noch higher werden durch die Atmung. Und das ist ja das, was wir irgendwo erreichen wollen. Deshalb versucht, so oft es geht, eben durch die Nase zu atmen. So, und das andere Thema, was beim Atmen eben zu beachten gibt oder was eure Fragen waren, war die Ausatmung. Wie sieht die denn aus? Und hier ist ganz einfach, also lasst euch da nicht zu sehr stressen. Das kann man gar nicht falsch machen. Wim sagt immer, Feeling is understanding. Also atmet einfach ein, durch die Nase oder den Mund. Ihr macht die Welle, Bauch, Brust bis in den Kopf. Und dann lasst ihr die Atmung passiv einfach rausfallen. Also, ja, und ihr macht nicht die volle Ausatmung. Das wollen wir nicht sehen. Das ist nicht cool. Wir lassen den Atmen also einfach natürlich rausfallen. Weil was passiert bei der Atmung ist ja, dass unser Zwerchfell sich nach unten zieht. Ja, das ist die Einatmung. Und dann geht es einfach zurück wie von alleine. Ein ganz kleiner Ausatmen. Und in dem Rhythmus wollen wir einfach bleiben. Immer kein Stress. So, die Frage Nummer zwei, die sehr, sehr oft gestellt wurde, ist der Zusammenhang zwischen der Wim Hof Atmung und der Kälte hier im Eisfass. Und ehrlich gesagt, da gibt es keinen Zusammenhang. Das wird in der Methode immer gerne so dargestellt, als wenn die Atmung jetzt total wichtig ist und euch aufs Eiswasser vorbereitet. Das stimmt aber nur bedingt. Und zwar, was bei der Atmung passiert ist, wir verändern das Gleichgewicht in unserem Blut vom pH-Wert her, als Säurebasen. Ja, wir atmen ganz viel CO2, Kohlenstoffdioxid, die Säure ab. Dadurch sinkt der Säuregehalt und unser Blut wird kurzfristig basisch. Und in diesem basischen Milieu, da fühlen sich halt Viren, Bakterien, Entzündungen, die fühlen sich nicht wohl. Und unser Körper versucht jetzt immer wieder zurück ins Gleichgewicht zu kommen. Und das ist der positive Effekt, den wir hier kriegen. Das heißt, die Gegenreaktion unseres Körpers, weil der immer für uns arbeitet und uns eben ins Gleichgewicht zurückbringen will. Was jetzt bei der Atmung aber passiert, ist, dass sich auch Schmerzproteine, das sind Eiweiße, das sind Signalgeber in unserem Körper, die entspannen sich, weil die eben durch das fehlende CO2 nicht mehr so eng zusammen sind. Und in dieser entspannten Form können die nicht richtig am Gehirnrezeptor für Schmerz andocken. Das heißt, wir spüren weniger Schmerz durch die Atmung. Allerdings ist dieser Effekt viel zu kurzfristig, dass man sagen kann, hey, wenn du jetzt die Atmung machst, wirst du im Eis einfach weniger Kälte spüren. Das verfliegt sofort. Jetzt ist es aber so, dass wir durch die Atmung natürlich eine Art high werden. Wir werden ein bisschen high, eben weil unser Körper reagiert auf dieses Milieu. Wir fühlen dann zum Beispiel diese Dizziness, dass uns schwindelig wird. Wir haben Kribbeln, vor allem in den Händen, in den Füßen haben das ganz viele, viele auch in den Zähnen. Das sind alles Sachen, die bei der Atmung ganz normal sind. Da können eben viele Sensationen im Körper auftauchen. Und da geht es jetzt darum, dass man die einfach mal erkundet und die ein bisschen reinfühlt. Und dieser Zustand, der gibt uns auch ganz viele Glückshormone. Endorphine werden vom Körper ausgeschüttet nach der Atmung. Und das ist jetzt der Teil, der macht natürlich Sinn, den vom Eisbad zu bekommen. Weil ich fühle mich jetzt schon großartig und wenn ich ein gutes Feeling habe, kann ich logischerweise auch viel einfacher ins Eis steigen, als wenn ich mich jetzt irgendwie schlecht fühle. Und es gibt ja auch einen Zusammenhang wie mit dem Wetter. Wenn jetzt schönes Wetter ist, so wie heute, dann gehe ich viel einfacher und unbeschwerter ins Eis, als wenn ich das jetzt bei einem Gewitternebeltag mache. Aber das ist einfach im Kopf dieser Mindset-Teil. Und den, darum habe ich gesagt, es gibt nur einen indirekten Zusammenhang, den will ich auch nicht wegreden, weil der ist definitiv da und der ist für uns alle auch spürbar. So, und zu guter Letzt natürlich hier auch nochmal die Safety-Hinweise. Bitte macht die Atmung nur in einer sicheren Umgebung, am besten im Liegen oder eben im Sitzen. Auf keinen Fall vom Autofahren oder irgendwas, weil einem eben so schwindelig werden kann und das Ganze echt gefährlich ist. Und ein Hinweis, den ihr leider viel zu selten findet, was ich ganz oft sehe, ist eben diese Verbindung zwischen Kälte und Atmung. Da machen Leute die Atmung direkt bevor der Kälte. Und bitte, bitte, mach das nicht. Denn durch dieses fehlende CO2 im Körper, CO2 ist ein ganz starker Gefäßerweiterer, für die Vasodilation verantwortlich, heißt, wenn das fehlt, sind unsere Blutgefäße eng beieinander. Die werden enger. Und wenn die eng sind, dann brauchen wir mehr Blutdruck und mehr Herzschläge, also mehr Puls, um die ganze Suppe durch den Körper zu pumpen. Und genau dasselbe passiert ja auch, wenn wir ins Eis gehen. Das heißt, wir verdoppeln diesen Effekt. Kälte, alles zieht sich zusammen im Körper. Das sollte jeder kennen, wenn er Gänsehaut kriegt. Da haben wir noch mehr Blutdruck, noch mehr Puls und das kann dazu führen, dass das Gehirn schnell mal ein Reset macht. Das heißt, wir werden ohnmächtig. Was natürlich, wenn du alleine im Eis bist oder auch mit Freunden nicht unbedingt die beste Idee ist. Also bitte, bitte wartet nach der Atmung mindestens, bis ihr keinen Effekt mehr von der Kälte spürt, von der Atmung spürt. Das sind in der Regel so etwa fünf Minuten, bevor ihr dann ins Eis geht. Eine andere Frage, die immer wieder aufkam, war das Thema, wann soll ich die Atmung machen? Und prinzipiell, da gibt es keine feste Vorgabe. Feeling is understanding. Macht das so, wie es euch gut tut. In meinem Verständnis gibt es zwei gute Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, ihr macht die Atmung am Morgen oder auch am Vormittag, weil es euch eben Energie gibt. Die Atmung ist ganz stark mit Energie verbunden, lädt uns also auf, gibt uns Power für den Tag, ist aber auf der anderen Seite auch ein sehr starker Stressor. Wir atmen maximal, gehen sehr hoch im Stress für den Körper, zeigen ihm danach aber den Weg in die Entspannung. Das heißt, wenn wir das am Morgen machen, haben wir genau wie beim Eisbaden oder kalt duschen, haben wir ein sehr hohes Stresslevel gleich am Morgen erreicht in der kontrollierten, sicheren Umgebung von unserem Zuhause. Und alles, was jetzt am Tag passiert, kommt gar nicht mehr auf dieses Stressniveau. Das heißt, unser Körper hat morgens gelernt, mit Stress umzugehen und macht uns so über den Tag über resilienter, heißt stressresistenter. Die andere Möglichkeit, die sehe ich eben oft in meinen Coachings. Ich persönlich bin kein Fan davon, die Atmung abends zu machen wegen diesem Stressor. Wenn ich jetzt aber, wie viele Manager, bei denen ich Coachings mache, chronisch hohe Stressbelastung habe und deshalb abends gar nicht mehr runterfahren kann, weil mein Körper das verlernt hat, dann macht die Atmung auch da absolut Sinn. Denn was dann passiert ist, ich durchbreche dieses chronisch hohe Stresspeak, was ich habe, mit noch mehr Stress und zeige dann in der Retentionphase meinem Körper schön den Weg in die Entspannung und kann dann hoffentlich schlummern wie ein Baby. Eine weitere Frage war das Thema, wie soll ich die Atmung benutzen, wenn ich krank bin? Das heißt, Krankheiten und Atmung. Oder generell war die Frage eigentlich mehr auf die Wim Hof Methode bezogen. Und hier muss man natürlich ein bisschen aufpassen und gucken, was habe ich für eine Krankheit? Weil die Atmung, die verändert die Chemie meiner im Körper und hilft eben durch diese Gegenreaktion, die der Körper auslöst, Krankheiten zu bekämpfen, halt Entzündungen, Bakterien, Viren. Das heißt, wenn ich jetzt eine leichte Erkältung habe, ja, dann kann ich diese Atmung auch gut nutzen, um mich da wieder zu unterstützen beim Genesungsprozess. Das Eisbad selber zum Beispiel, das werde ich auch oft gefragt, das würde ich natürlich weglassen, weil in dem Moment, in dem wir auch ins Eis gehen, ja, wird unser Immunsystem geschwächt. Das ist ein ganz starker Stressor, ist jetzt gerade in der aktuellen Situation auch wichtig, das zu verstehen. Darum ist länger hier nicht immer besser. Ja, auch wenn ihr gesund seid, geht nur kurz ins Eis. Und wenn ihr krank seid, geht beim besten gar nicht ins Eis. So, die Atmung könnt ihr aber dennoch machen. Jetzt werde ich aber auch oft gefragt, was ist mit chronischen Krankheiten? Ja, wie ist zum Beispiel, wenn ich jetzt Asthma habe, also Atemwegserkrankungen, kann ich dann diese Atmung benutzen? Und hier bin ich hin und her gerissen, weil die Leute sind super begeistert jetzt von der Wim Hof Methode, die mich das fragen und sagen, hey, tut mir total gut, die Atmung. Aber eigentlich ist die Atmung kontraproduktiv, wenn du Asthma hast. Das heißt, wenn du Asthma hast, schau dir lieber mal mein Video an zur Boiteko Atmung und versuche mal damit ein bisschen mehr zu trainieren. Das ist zwar nicht ganz so aufregend, Herr Wim Hof ist eine Eventatmung, weil wir direkt was sehr schnell spüren und auch ein sehr angenehmes Gefühl haben. Aber für unseren Körper langfristig besser ist sicherlich die Boiteko Atmung, weil die ist ein Atemmuster, was wir den ganzen Tag über beibehalten können und was unserem Körper beibringt, dauerhaft gut zu atmen. Das heißt, Wim Hof Atmung bei Krankheit, ja, kann man machen, bei Asthma nur bedingt. Also wenn ihr das mal nutzen wollt, den Effekt und das gut bei euch funktioniert, tastet euch da langsam ran, dann klar, macht das. Aber macht das nicht auf einer täglichen Basis, wenn ihr Asthma habt oder auch andere chronische Atemwegserkrankungen, weil das einfach eurem Körper da nicht gut tut. Der ist ja sowieso schon belastet und kämpft gerade mit der Atmung. Da muss man nicht noch dauerhaft einen draufsetzen. Die letzte Frage, die ihr mir unheimlich oft gestellt habt, ist einfach, wie ich die Atmung für mich selber mache. Und bei mir ist so, ich mache die Atmung nicht jeden Tag, ganz klar nein, weil die mir einfach zu viel Stress im System gibt. Und mittlerweile bin ich auf einem Niveau, glücklicherweise, wo ich morgens kurz in mich reinhöre. Dann gucke ich, was braucht der Körper heute, mache auch gerne einen Bolt-Score am Morgen. Und wenn ich mich jetzt so fühle, dass ich ein bisschen mehr Energie brauche, dann mache ich die Wim Hof Atmung. In Realität sind es so dreimal die Woche, wo ich die mache. Und dann aber auch ausschließlich morgens, weil es mir morgens eben diese Energie gibt, die ich in den Tag mitnehmen kann und auch diese Stressresilienz, was ich eben erklärt habe. Aber im weiteren Verlauf des Tages nutze ich dann meistens andere Atemtechniken, halt viel aus der Bouteko-Atmung oder Boxatmung, um den Fokus zu halten. Heißt, Wim Hof bei mir selber immer nur am Vormittag und maximal dreimal die Woche. So, ich hoffe, euch mit den Fragen ein bisschen geholfen zu haben. Das waren wirklich mit Abstand die häufigsten Fragen. Klar, gibt es immer noch mehr. Wenn ihr mehr Fragen zum Thema habt, dann schreibt es mir doch einfach hier in die Kommentare. Und wie immer freue ich mich auch über ein Like oder über das Folgen des Kanals. Was ich jetzt in Zukunft machen werde, sind einfach noch mehr Videos, wie ich selber die Wim Hof Atmung nutze, wie jetzt meine Erfahrung ist aus den letzten Jahren, wo ich die Wim Hof Atmung und auch die Kälte täglich gemacht habe und welche anderen Atemtechniken wie die Bouteko-Atmung mir heute einfach im ganzen Verlauf des Tages immer mal wieder helfen und Power geben. Ich freue mich drauf. Bis bald, euer Rolf.